Du hast großartige Aufnahmen für deine YouTube-Reportage, aber jetzt kommt der entscheidende Teil, der Schnitt. Wie schaffst du es, aus deinem Rohmaterial eine fesselnde Reportage zu machen, die dein Publikum bis zum Ende begeistert? In diesem Video zeige ich dir die Herausforderungen des Reportageschnitts, die wichtigsten Ziele beim Unternehmensreportage schneiden und worauf du besonders achten solltest. Wenn du eine Unternehmensreportage beauftragt hast, zeige ich dir in diesem Video, worauf du bei der Abnahme achten musst. Bleib bis zum Ende dran, denn es gibt ein besonderes Angebot für dich. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Martin, dein Experte für YouTube-Marketing und Gestaltung. Heute dreht sich alles um den Schnitt deiner Reportage. Wir sprechen darüber, was du erreichen möchtest, welche typischen Fehler es gibt und wie du beim Schneiden deiner YouTube-Reportage das Beste herausholst. Lass uns gleich loslegen. Schnitt oder auch ein wenig eleganter Bildmontage oder ganz professionell Postproduktion bedeutet, dass du aus dem Drehmaterial für deine YouTube-Reportage durch Kürzen und durch die Anordnung der Bildsequenzen eine Geschichte machst. Das Bild hat dabei immer Vorrang vor dem Text. Die Verantwortung im Schnitt ist dementsprechend groß. Eine gute Geschichte versteht man nämlich auch ohne Ton, einfach über die Bilder. Das Verhältnis von Rohmaterial zur geschnittenen Geschichte sollte circa 1 zu 10 sein. Für eine vierminütige YouTube-Reportage hast du dann circa 40 Minuten Material. Und damit bin ich auch schon bei einem häufigen Fehler. Du hast zu viel Bildmaterial. Dadurch musst du länger sichten und natürlich viel mehr Entscheidungen treffen. Deshalb entsteht das Konzept des Films auch vor dem Dreh, damit die Anschlüsse klappen. Was das bedeutet, sage ich dir gleich. Im Schnitt müssen viele Fehler, die beim Dreh gemacht wurden, ausgebessert werden. Zu viel Material ist nur eine der Herausforderungen. Es kann natürlich auch zu wenig Material sein. Vor allem, wenn du zwar viele, aber zu ähnliche Bilder hast, kann das ein echtes Problem für deine Unternehmensreportage werden. Oder es fehlen entscheidende Bilder. Zum Beispiel der sogenannte Antexter. Das sind die Bilder, mit denen eine Person, die anschließend im Interview ist, vorgestellt wird. Das alte Medium-Fernsehen ist da oft recht fantasielos. Bevor der Protagonist oder die Protagonistin im Film etwas sagt, nimmt er oder sie ein Buch aus dem Regal. Das hast du sicher schon tausendmal gesehen. Auch beim Antexten kann man natürlich kreativ sein. Wichtig beim Schneiden deiner YouTube-Reportage sind die sogenannten Anschlüsse. Die müssen funktionieren. Das bedeutet, dass eine Handlung logisch abgewickelt werden muss. Das gilt sowohl für die Handlungen als auch für die Bilddetails. Grob gesagt, wenn jemand zur Türschnalle greift, sollte ich als nächstes sehen, wie die Tür aufgeht. Und wenn jemand einen lustigen Hut aufsetzt, sollte die Person ihn im nächsten Bild auch noch am Kopf haben. Deine Reportage braucht immer einen roten Faden, an dem du entlang erzählst, eine logische Handlung. Anschlussfehler behindern deine Handlung. Der richtige Schnittrhythmus treibt sie voran. Dazu gleich mehr, wenn du dran bleibst. Eine Sonderform des Schnitts ist der sogenannte Stopp-Trick. Das hast du sicher schon mal gesehen. Da ist zum Beispiel ein leerer Tisch und plötzlich liegen da ein Apfel, eine Banane, eine Orange und eine Zitrone. Wie hier gezaubert. Das ist ganz einfach. Du legst ein, hobst nach dem anderen auf den Tisch und schneidest anschließend nur die Bilder aneinander, in denen das Teil schon da liegt. Voila. Ich glaube, es gibt kein radikales Beispiel, um zu zeigen, was Schnitt kann und bedeutet. Wichtig beim Schnitt deiner YouTube-Reportage ist natürlich immer das Schnittstempo und der Schnittrhythmus. Ganz wunderbar praktisch ist es, wenn man Musik zur Untermalung einsetzt und dann eben zum Rhythmus der Musik schneiden kann. Besonders unlustig ist es, wenn man einen Film fertig hat und der Kundin oder dem Kunden gefällt die Musik nicht. Ein kleiner Tipp. Wenn du vorhast, ein Voice-Over zu machen, also nachträglich einen Text einzusprechen, dann nimm keine Musik, zu der gesungen wird. Klar, oder? Kommen wir zu ein paar direkten Fehlern, die du beim Schnitt deiner YouTube-Reportage machen kannst. Der wichtigste ist der sogenannte Jump-Cut. Das Bild springt, wie wir sagen. Das entsteht dadurch, dass die Bilder zu ähnlich sind oder zum Beispiel ganz radikal bei jemandem, der oder die spricht, ein Satz rausgeschnitten wird, ohne dass man den Bildübergang überdeckt. Wie man Bildübergänge professionell zudeckt, erzähle ich dir gleich. Aber bevor du dich aufreckst, ja, in dem Video, das du gerade siehst, kommen viele Bildsprünge vor. Aber es sind so viele, dass das in dem Fall ein Gestaltungselement ist. Oder glaubst du, wir machen hier alles falsch? Ein zweiter wichtiger Fehler beim Schnitt deiner YouTube-Reportage ist der sogenannte Achsensprung. Das bedeutet, dass man sehr radikal die Bildperspektive wechselt. Du kannst auch bei einem Theaterstück nicht plötzlich hinter der Bühne stehen. Oder, ein sehr illustratives Beispiel, bei einem Fußballmatch wird auch nicht plötzlich mit der Kamera auf die gegenüberliegende Tribüne gewechselt. Würde man das machen, dann kennt sich keiner mehr aus. Ist das gegnerische Tor jetzt links oder rechts? Vorsichtig musst du beim Schnitt deiner YouTube-Reportage mit dem Einsatz von Blenden sein. Dabei wird ein Bild ins nächste überblendet. Das eine verschwindet langsam und das andere taucht langsam auf. Grundsätzlich hilft so eine Blende natürlich bei jedem Übergang. Darum kommt sie auch bei jedem automatisch am Handy erstellten Video dauernd vor. Sie deckt alle Fehler zu. Profis verwenden Blenden aber nur selten und als Stilmittel. Wenn du in einem Spielfilm eine Blende siehst, dann bedeutet das meistens, dass zwischen den Bildern Zeit vergangen ist. Die Blende sagt dann zum Beispiel am nächsten Tag oder im Jahr darauf. In einer Unternehmensreportage willst du das aber meistens nicht. Ich habe dir versprochen zu erklären, wie man Jump Cuts im Interview vermeidet oder zudeckt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. In einer YouTube-Reportage ist es am schönsten, wenn eine Person spricht und du kannst bebildern, was sie sagt. Also, deine Interviewpartnerin spricht davon, wie leicht es geht, dein Produkt anzuwenden und ich sehe, während sie spricht, wie dein Produkt angewendet wird. Damit sind dann auch alle Bildsprünge zugedeckt. Eine weitere Möglichkeit ist, den Bildausschnitt oder auch die Einstellungsgröße zu ändern. Das heißt, an die Person heranspringen oder notfalls von der Person wegspringen. Wenn du in hoher Bildauflösung drehst, kannst du das sogar noch am Schnittplatz fixen. Was mittlerweile auch sehr üblich ist, sind zum Beispiel Weißblitzer oder manche Bildeffekte, wie zum Beispiel das Bild schiebt sich. Von manchen Effekten sollte man eher die Finger lassen. Und dann gibt es noch wirklich unschöne Zwischenschnitte, die ich mir vorgenommen habe auszurotten. Da spricht jemand und plötzlich sind ganz unmotiviert dessen Hände als Zwischenschnitt im Bild. Meine Güte, ist das hässlich. Oder es wird jemand interviewt und plötzlich sieht man die Szene in einer totaleren Einstellung. Reporter oder Reporterin sind mit im Bild, die interviewte Person spricht, aber die Mundbewegungen passen nicht dazu. Das nennt man ein falsches Doppel. Das machen sogar im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nur noch die Menschen, die kurz vor der Pension stehen. Warum nennt man den Schnitt auch Postproduktion? Weil neben dem Schneiden auch noch die Farbe korrigiert und der Ton gemischt wird. Das ist auch sehr wichtig. Wenn die Kamera aufnimmt, ist natürlich die Lichtstimmung nicht immer gleich. Deshalb braucht es eine Farbkorrektur. Und das richtige Lautstärkenverhältnis zwischen Musik, Interview und dem sogenannten Atmosphärenton, also den Begleitgeräuschen, ist auch sehr wichtig und sorgt für die hohe Qualität deiner YouTube-Reportage. Das ist oft genauso herausfordernd wie der Bildschnitt. Wenn dein Schnitt fertig ist, wird übrigens getextet. Nicht vorher. Der Text soll die Bilder stützen. Und da kann man auch noch einen großen Fehler machen, die sogenannte Bild-Text-Schere. Also es wird etwas anderes gesagt, als im Bild zu sehen ist. Aber darüber reden wir im Video übers Texten. Eine YouTube-Unternehmensreportage zu schneiden ist nicht ganz so einfach. Aber keine Sorge, du musst das nicht alleine machen. Wir von News & Video unterstützen dich dabei, deine Unternehmensreportage perfekt zu drehen, zu schneiden und zu gestalten. Das ist mein Angebot an dich. Das war's für heute. Ich hoffe, du hast aus diesem Video wertvolle Tipps mitgenommen, wie du deine YouTube-Reportage wie ein Profi schneidest. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da und abonniere unseren Kanal, um keine wertvollen Tipps rund um YouTube-Marketing und Videoproduktion zu verpassen. Schau dir als nächstes unser Video an, wie du für deine Unternehmensreportage Ziele, Zielgruppen oder deine Persona definierst. Bis dahin, bleib dran und viel Erfolg! Spannya! Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik